Moin zusammen, Freunde. Bereits im Februar diesen Jahres hat von einem großen Automobilzulieferer in Deutschland eine Produktionsstätte, eine Halle, gebrannt. Und die hat einen Schaden von sage und schreibe 200 Millionen Euro beziffert, wie wir jetzt hier bei T-Online aus dem Februar, wie gesagt, lesen können. Und das ist der Automobilzulieferer, sind wir hier auf der Seite von Burgmeier. Und ganz interessant dazu ist dann, was im Sommer, jetzt vor einigen Wochen schon rausgekommen ist. Die Entscheidung ist gefallen, schrieb nämlich donau3fm.de, Burgmeier verlässt Allmendingen, diesen Ort in Baden-Württemberg. Und hier sieht man nochmal dieses riesengroße Großfeuer, das da stattgefunden hat. Man sagt jetzt, nö, wir werden das hier nicht wieder aufbauen. Und wo wir hingehen, das ist noch unsicher, das ist noch nicht geklärt und alles. Aber ich kann es euch vorwegnehmen, es wird nicht in Deutschland sein, so meine persönliche Vermutung. Und wenn wir uns das Ganze hier nämlich angucken, okay, man sieht das hier auf dem Bild, hier steht riesengroß ja die Fabrik und alles. Aber hier sieht man ja auch an den Dächern, Satteldächer beispielsweise, es sind ja einige private Wohnhäuser offensichtlich, kleinere Dinger in der Richtung, alles Mögliche. Und dann heißt es nämlich hier in diesem Artikel von gut 250 Mitarbeitern, die zum Zeitpunkt des Feuers Anfang Februar in Allmendingen beschäftigt waren, seien 108 an anderen Standorten wie dem nahegelegenen Laubheim, das gibt es noch, das ist so circa 15 Kilometer entfernt, untergekommen teilt der Sprecher mit. Dort gäbe es noch rund 20 Freistellen, mehr als 40 Menschen hätten das Unternehmen aber bereits verlassen. Und interessant ist, wie gesagt, auch die Begründung, warum man jetzt hier halt nicht mehr da das Ganze neu aufbauen möchte. Denn das heißt nämlich, das wäre heute nicht mehr genehmigungsfähig, weil der Standort unmittelbar an ein Wohngebiet grenze, erklärte ein Sprecher am Dienstag, heißt es hier. Und das ist doch wieder mal Deutschland par excellence. Wenn es da ist, hat es eine Art Bestandsschutz, das ist dann erlaubt, das ist okay. Aber wenn dann hier ein Brand stattgefunden hat und man sagt, ja, dann bauen wir das wieder auf und dann machen wir wieder weiter wie vor, dann ist das nicht mehr erlaubt. Ja, interessant ist dazu halt, hier einmal der Standort Laubheim, den sehen wir dann hier, so ein Slider, der läuft hier durch. Aber, ne, auch mit dem Solar oben auf dem Dach, ganz interessant, aber interessant ist dann hier zu sehen, dass das andere Werk, was sie noch haben, nicht in Deutschland steht, sondern eben in der Slowakei. Sieht dann doch nochmal ein bisschen anders aus, dieses Werk, denn eben nicht hier mit Solar oben drauf. Das spricht halt Bände, wie ich finde. Schreibt eure Meinung dazu unten rein, was wird mit der Firma passieren, wo werden sie ihre Kapazitäten ausbauen, wird es in Deutschland sein oder doch woanders. Abonniert den Kanal, bis zum nächsten und ciao.